2-4, 2-5, Konstanz. 2-4, 2-5, Konstanz. Okay, Konstanz. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich hab dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. 24, 10. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. Okay. Alle gerade. Wir sind hier auf der Suche nach irgendwas. Also, kurz zusammengefasst. Ähm... Um... Äh... Abby hier zu finden. Und... Ja. Das ist ganz schön komisch. Und jetzt spielen wir Abby. Äh... Sind ein paar... Paar Tage ins Land gegangen. Äh... Und... Wir sind jetzt... In unserem Campion unterwegs. Und suchen anscheinend irgendein Haus. Ja, wegen gerade... Äh... Weil es da draußen noch Fireflies gibt. Ja. Was meinst du, machen sie gerade? Und ungraden. Weiß nicht. Sie wollten immer die Gesellschaft wiederbeleben. Jetzt ist die große Frage, was wollen wir hier eigentlich machen? Also, meine Vermutung ist ja, wir sind ja kurz vorm Ende. Ja, ist ja nur so meine Vermutung. Dieses hat keine Hausnummer. Es ist zu nah, um 24-25 zu sein. Okay. Ähm... Weil... Eigentlich hatten wir uns da drauf geeinigt, dass... Äh... Wir uns verpissen. Aber nein. Dann kam ja der Bruder von Joel. Der irgendwelche Informationen hatte, wo Abby ist. Und sie jetzt weiterhin jagt. Was natürlich nicht optimal ist. Aber schauen wir erst mal, was jetzt hier ist. Komisches Graffiti. Ist das von den Fireflies? Nein. Hm. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Okay. Von den Fireflies. Also, wir sind auf der Suche nach den Fireflies anscheinend. Ach so. Ja? Aber ich frag mich, warum? What? Das ist ein Dämon. Oh, guck mal doch. Okay. Das war jetzt mal... Gar nicht so schlecht. Das heißt, wir können jetzt jetzt einfach... Da drinnen hier mal umschauen, was da so los ist und so. Ist das so eine Option? Oh, wir sind hier nicht allein. Na? Gibt's hier noch welche? Hallo? Oh. Äh... Kommt noch Munizio? Ähm. Ähm, ähm. Da draußen war was. Ja, hast du. Naja, okay. Wir haben jetzt... Ein Haus gefunden, wo hier anscheinend noch ein paar Leute drin waren. Sehr gut. Und markieren uns das anscheinend. Irgendwie auf einer Karte. Ähm, das wäre meine Vermutung. Und, äh, ja. Gucken wir mal. Also, vielleicht machen wir auch irgendeine Erkundung. Oder wir sind auf der Suche, wie gesagt, nach den Fireflies. I don't know. Aber wir lesen jetzt erstmal hier kurz den Zettel. Die Radler sind da. Keiner wird mich zu seinen beschissenen Sklaven machen. Andrew, Logan, Uri. Daddy kommt jetzt zu euch. Okay. Wer auch immer Daddy ist. Oder, äh... Bist du Daddy? Äh, wir gehen mal weiter. Ein seltsamer Ort für eine Widerstandsgruppe. Okay. Wir hatten auch Außenposten. Große und kleine. Gut, um sich vor der Armee zu verstecken. Widerstandsgruppen? Mhm, 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 mhm. Dann müssen wir mal gucken. Also, äh, ich weiß jetzt nicht... Wie, wie, wie... Was, was, was jetzt hier so... Was ist noch gekommen? Was will wir hier nicht finden? Hm. Wenn sich alle Spuren verlieren... Was willst du dann tun? Ja. Weiß nicht. Wir weggehen. Okay. Hm. Und wohin würden wir gehen? Ja, ja. Nach Westen. Warum? Was da so ist? Ah, okay. Nichts als das Meer. Und dahinter? Äh, äh... Andere Länder, schätze ich. Willst du das wirklich? Andere Länder. Gute Frage. Gibt es hier nichts? Äh... Gibt es denn hier noch einen zweiten Stock? Das sieht so... Sieht so groß aus. Da kommen wir bestimmt nicht hin. Okay. Willst du hier auch erstmal? Gibt es mal Brust? Wir haben doch noch die Humor von gestern. Die sind doch in einem Eimer an Deck. Oh, richtig. Super. Oh Mann, kurz nachladen. Wir haben noch Erdbeeren. Wenn wir Fireflies finden, feiern wir das mit Erdbeeren. Wenn nicht, trösten wir uns mit Erdbeeren. Also, vielleicht habe ich das verpasst, aber warum sind wir jetzt auf der Suche nach dem Fireflies? Also, was erhoffen wir uns? Das ist jetzt eine neue Truppe, die wir uns... Wo wir uns einfach so anschließen wollen. Das ist es nicht. Hier ist 2426. Gute Augen. 2426. Wir suchen anscheinend ein gewisses Haus. Oder ein Haus. Ja. Wo wir reinkommen. Ich sehe keine Hausnummern. Ja. Was ja auch okay ist. 2426 ist auf der anderen Seite. Also, suchen wir jetzt nach jemandem im Stücken? Suchen wir jetzt nach der Truppe? Suchen wir nach dem Fireflies? Versuchen wir uns jetzt nach dem irgendwie zu verbinden? Was ist unser Begehr? Also, wie gesagt, vielleicht habe ich das ja auch verpasst in den letzten Folgen. Warum wir jetzt hier irgendwie hier sind. Aber gut. Wir gucken einfach mal, was wir hier so finden. Und... Ja, das ist richtig. Und schau mal, wie es weitergeht. Oh. Was hat er denn noch gefunden, die hier fallen ist? Was ist das? Kratscher. Ah. Ein Geheimgehalt, oder was? Okay, okay, okay. Wait a second. Ah, jetzt kommt Abby. Nice. Oh ja. Wollen wir doch mal gucken, was wir uns hier... Hallo? Was wir hier unten finden. Aber wir bewaffnen uns vor sich. Zalbirr. Okay. Also, hier ist ein Savepoint. Die haben ein paar Leute übernachtet. Lass mal Munition wieder mitmachen. Scheint es aber. Das ist richtig. Weil jetzt ist die Frage... Wo sind sie hin? Ja, gut. Aber was willst du machen in so einer Phase? Also, ich finde es schon clever genug, dass sie sich hier runter gebaut haben. Und dass sie sich hier so wie eine Art Stützpunkt gebaut haben. Also, das ist ja erst mal. Wäre bei mir zu Hause jetzt nicht so einfach möglich. Okay, was will ich denn? Eine Weile hier. Das ist die Dusche, oder? Ja, das ist die Dusche. Hier ist eine Kochstelle. Da hinten hatten wir die Schlafecke. Ah, guck mal. Aber hier haben wir noch so ein paar Kommunikations... Möglichkeiten, oder was? Was ist das? Wollen wir mal gucken? Bestimmt Solarstrom. Ach nee. Solarstrom. Ah, doch. Guck mal, da haben wir ein Funkgerät. Guck mal. Jetzt können wir doch funken. Nutz gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht's. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wohin Santa Barbara meldest du dich? Ähm, 2425 Constance. Äh, wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Sword Lake-Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr... 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Eilert. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freu mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Nice. Also, haben wir jetzt jemanden erreicht und... Okay. Cool. Gut. Du hattest recht. Äh, wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Aha. Und weil es so selten passiert. Dass sie recht hat, oder...? Wow. Alter, was ist mit euch verkehrt? Nein. Alter. Weil ich euch das zweimal verhandelt habe. Stopp! Bring sie nicht um! Erfesselt sie! Komm her! Komm her, lass mal sehen! Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte! Ah! Scheiße, Mann! Fuck! Alles gut. Hol dir den klar. Was will ich denn? Ich mag es nicht, ihn anzufassen! Schön. Ganz schöner Glücksfühl, was? Alter. Auf Wiedersehen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020